Wie nennt man die roten Blutkörperchen im menschlichen Organismus? Eurytrozyten habe ich aber so noch nicht gehört. Hämoglobin? Ist irgendwas anderes. Finkst du da an Hämorrhoiden eigentlich? Hämorrhoiden? Ich glaube A. Noch nie gehört. Wie auf dem Jahr steht die Sonne am Äquator im Zenit? Ähm, was? Kurz mal verarbeiten die Frage. Was heißt denn im Zenit? Wenn die Sonne zentral über der Erde steht und nicht in einem Winkel. Äquator ist die Mitte der Erde, Planet geht einmal rum, so, zack, im Zenit. Die Erdachse ist ja hier 23, irgendwas Grad, glaube ich, ne? Irgendwie so. Dann kann die da gar nicht im Zenit stehen. Oder? Kann die da im Zenit? Nee, die kann da nicht im Zenit stehen. Nee, die kann da gar nicht im Zenit stehen. Deswegen sage ich nie. Richtig? Und auch richtig erklärt? Ich hätte auch nie gesagt. Aber meine Erklärung war doch eigentlich flange realistisch. Ich würde einen Sympathie-Punkt kriegen, oder? Für die gute Erklärung. Nee. Welcher Bundeskanzler trat aus seinem Amt zurück? Ich weiß, dass Helmut Schmidt per Misstrauensvotum abgewählt wurde für Helmut Kohl. Alles klar. Ähm. Ich sage, es ist Willy Brandt, weil der hatte ja voll viel zu machen hier mit dem Knie. Wie ging das? Mit dem Knie. Ja, der hat den Kniesturz ge... Wie heißt denn das, Mann? Kniesturz? Auf die Knie ist der doch gegangen, um die Kriegsverbrechen zu verzeihen. Ich sage, es ist Willy Brandt, weil der viel Struggle hatte. Welches dieser englischen Wörter ist im Singular und Plural gleich? Basis. 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 Basis? Sagt man Sheeps? Nee. Sheep. Es ist A. Yay! Aber Sheep ist jetzt Schaf, oder was? One Sheep and Two Sheep. Echt? Wenn ich jetzt hier wegen einem Schaf verloren habe, dann rast ich aber aus, ey. Welche Aussage über Fabeln stimmt nicht? Das ist einfach, ich kann es nicht erklären, aber es ist zäh. Tiere haben menschliche Eigenschaften, das ist ja logisch, das ist ja immer in Fabeln so. Am Ende heißt es die Moral von der Geschichte. Die Protagonisten haben keine besonderen... Doch es ist ja schon alleine eine besondere Eigenschaft, menschliche Eigenschaften zu haben als Tier. Warte mal, das ist jetzt aber eine doppelte Verneinung. Protagonisten haben keine besonderen Eigenschaften. Achso. Oh, was denn das für ein mieser Trick, Alter. Gut, dass du mich drauf aufmerksam hast. Ja, siehst du? Die meisten haben keine besonderen Eigenschaften, stimmt nicht? Hätte ich mal nichts gesagt. Jetzt fällt mir auch jetzt auf, dass ich gar nicht weiß, was Prosa-Formen ist. Das ist ja gemein, ihr wollt mich auf eine Falte-Fersche... Falte-Fersche-Locken hier. Das ist doch voll scheiße. Ich nehm den. Mephisto zeigte sich als... Also das wäre jetzt so eine Frage, wo ich dann eher spicken würde. Pudel glaube ich nicht, oder? Okay, also Schlager und Pudel ist es nicht. Mephisto steht doch eigentlich für Hinterlistigkeit. Das könnte auch eine Katze sein. Eine Katze? Würde auch eine Katze sein. Ich sag die... Was? Hä? Und wer hat das geschrieben? Goethe? Was hat er sich dabei gedacht? Hattet ihr den Pudel? Okay. Wie heißt der Nachweis von Sauerstoff? So voll einfach. Womit kann man Sauerstoff nachweisen? Hä? Woraus willst du denn jetzt hinweisen? D gibt's nicht. Das ist ein Fantasiegespenst. Ich glaube, das ist A. Weil Knallgas, da passiert irgendwas mit Feuer. Und Feuer kann nur entstehen, wenn Sauerstoff da ist. Lockst du das ein? Ja. Dann sag ich dir, dass das falsch ist. Limmspann ist ja so ein Räucherstäbchen. Und das kann ja nur brennen oder limmen, wenn Sauerstoff da ist. Und Knallgasprobe ist, glaube ich... Du hast jetzt auch gerade meine Erklärung wiederholt. Ich hoffe, dass das meine Lehrer mal sehen. Weil ich war immer derbe Scheiße in der Schule. Die haben mich immer alle fertig gemacht. Und jetzt bin ich schon ein bisschen stolz, ne? Mein 2,9 Abi, dass ich das hier noch geschafft habe. 2,9? 2,9. Die Unis haben mich alle abgelehnt. Die Unis, du bist du core hier. Du bist bist du wahrscheinlich gerade aprendst Shechem. Du bist du großartig. Du bist du schon.